Begnadung Pradapta Rudras Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 10.61-143 10.102-148 Der König Pradapta Rudra lässt Chaitanya durch Sarvabhoma, das nahe dem Tempel gelegene einsame Haus Kajimishras als Aufenthaltsort zuweisen. Kajimishra ist ein großer Bhaktar, der Chaitanyas Zurückkommen sehnsüchtig erwartet hatte, und er wird von ihm als sein Eigen angenommen. Ebenso gnadenvoll ist er zu anderen Bhaktars aus Orissa, besonders zu Bhavanandarai, dem Vater Rai Ramanandas. Aus nah und fern strömen nun Bhaktars zu Chaitanya hin. So wie alle Bäche und Flüsse und Ströme doch nur dem einen Ozean zustreben und in ihn münden. Chantrodayam 8 Unter anderem kommt Paramananda Puri, der Chaitanya schon in Südindien begegnet war. Chaitanya gibt ihm einen einsamen Raum in seinem eigenen Haus. Ankunft Svarupa Damodaris Bald darauf kam Svarup Damodar, der Prabhu im innersten Seer nahe steht, ein außerordentlich guter Kenner der Rasas. In seinem früheren Leben stand, hieß er Purushottam Acharya, und er befand sich schon in Navadvip zu Prabhus Füßen. Er geriet außer sich, als Prabhu Sanyasi wurde, ging nach Varanasi Benares und nahm Sanyas. Die Welt war ihm völlig farblos geworden und mit Leib und Seele war er der lila Krishnas zugewendet. Er nahm Sanyas, gab die Haarlocke und die Brahmanenschnur auf, trug aber nicht den Ländenschutz der Mönche aus dem Orden Shankara Acharyas und behielt seinen Namen als Novize, Svarupa. Mit Erlaubnis des Guru ging er nach Nila Chala und war Tag und Nacht ganz außer sich in Ananda von Krishna Prima. Er war der Gipfel der Gelehrsamkeit, sprach kaum mit jemandem, blieb allein und die meisten wussten nicht von ihm. Seine Gestalt bestand aus Prima. Er war ganz und gar die zweite Wesensgestalt Mahaprabhus. Wenn jemand ein Manuskript, Strophen oder Lieder zu Prabhu bringen wollte, so prüfte sie Svarupa zuerst, und dann erst hörte Prabhu sie an. Es entstand keine Freude in Prabhus Herzen beim Hören von dem, was der Bhakti-Philosophie entgegen ist und was eine Verzerrung des Rasa enthält. Deshalb prüfte Svarupa alles zuerst, und nur wenn es lauter war, trug er es brau vor. Wenn er die Gesänge der Bhakti-Philosophie und das Shri-Gita-Govindam von Jayadeva sang, freute sich Prabhu. Er war in Gesang und Musik wie ein Gandharva, ein himmlischer Sänger, ein Priyashpati in den Shastras. Es gab keinen so Hochsinnigen wie ihn. Advaita und Nityananda liebten ihn außerordentlich. Eben dieser Damodar kam, fiel Prabhu zu Füßen und rezitierte den folgenden Vers. O Shri Chaitanya, du bist die Wohnung der göttlichen Barmherzigkeit. Daher, weil du deine Gnade stark aufgehen lässt durch den Aufgang deiner ewiglichen Bhakti, die den Streit über die Shastras zum Stillstand bringt und voll entfaltete Freude ist und die wie im Spiel alle Qual hinweg nimmt. Fusnote 496 Daya ist eines der zahlreichen Sanskrit-Worte, welche die vielen Spielarten der göttlichen Gnade bezeichnen. Daya kann mit Mitleid, Barmherzigkeit übersetzt werden. Sie ist jedoch noch viel mehr. Daya ist Liebe, gewachsen aus dem inneren Drang, sich für den Geliebten aufzuopfern. Bhagavan schenkt Daya, weil er von der Schönheit, der Sehnsucht eines Bhaktas, sich völlig hinzugeben, im Herzen überwältigt wird. Daita ist der Geliebte. Mahaprabhu stand auf und umarmte ihn, und beide versanken in Bremer. Nach kurzer Zeit fanden sie wieder ihre Fassung und wurden ruhig. Und Mahaprabhu sagte zu ihm, Ich habe im Traum gesehen, dass du heute kommst. Es ist gut so. Es ist, als ob ein Blinder wieder seine beiden Augen erhalten hätte. Nur mit vertrautesten Freunden, die gleich Rai Ramananda und Svarupa Damodar zur innersten Lila der Lila Rathas und der Gopis gehören, kann Chaitanya sich über die wundersame Mannigfaltigkeit des Rasa Gans aussprechen. Svarupa sagte, Bravo, vergib mein Vergehen, ich beging den Denkfehler Brahmada, als ich dich verließ und anderswohin ging. Ich habe nicht eine Spur von Bremer zu deinen Füßen, denn ich, der Sünder, verließ dich und ging in ein anderes Land. Ich habe mich von dir getrennt, aber du dich nicht von mir. Du hast den Strick deiner Gnade um meinen Hals gebunden und mich zu deinen Füßen gebracht. Dann grüßte Svarupa die Füße des Nidyananda und dieser umarmte ihn in Bremer. Jagat Ananda, Mukunda, Shankara, Sarvabhoma, alle kamen, so wie es sich ziemt, um ihn zu treffen. Svarupa grüßte ehrfürchtig die Füße Paramanandapuris und auch dieser umarmte ihn in Bremer. Mahaprabhu gab ihm einen abgelegenen Aufenthaltsraum und einen Diener für das Wassertragen und anderen Dienst. Ankunft Govindas An einem anderen Tage, als Mahaprabhu mit Sarvabhoma und anderen Bhaktas zusammensitzt und sie über Krishna sprechen, kommt Govinda, fällt Chaitanya zu Füßen und sagt Bescheiden. Ich bin Ishvara Puris Diener und heiße Govinda und bin auf Wunsch Puris hierher gekommen. Ehe er den Leib ablegte, gab mir der Goswami den Auftrag. Gehe zu Krishna Chaitanya und diene ihm. Der Goswami Chaitanya sagt Puri Shvara, in Klammer der Guru Chaitanyas, hat väterliche Liebe zu mir. Aus Gnade, Kripa, hat er dich zu mir geschickt. Fußnote 499 Kripa, Gnade, dem gegenüber, der sich für erbärmlich, Kripaner hält und überzeugt ist, nicht ein Stäubchen Bhakti zu haben. Kripa bedeutet, einem, der es nicht verdient, Gnade zu schenken. Als er das hörte, fragte Sarvabhoma den Prabhu. Warum behielt Puri Goswami einen Diener, der ein Shudra ist? Prabhu sagt Gott, der Herr, ist von niemandem als sich selbst abhängig. Und Gottes Gnade, Kripa, untersteht den Weden nicht. Gottes Gnade kümmert sich nicht um Geburt und Familie und so weiter. Krishna aß im Hause Viduras, in Klammer, der ein Shudra war. Ishvara's Gnade hängt nur vom Dienen in Liebe ab. So sagte Prabhu, umarmte Govinda, und Govinda grüßte ehrfürchtig die Füße aller. Fußnote 500 Dann nahm Mahabrabhu ihn als sein Eigen an und gab ihm die Berechtigung, seiner eigenen heiligen Gestalt zu dienen. Und alle achteten ihn als Prabhus teuren Diener. Und er ordnete alles für die Vaishnavas. Eines Tages sagte Sarvabhoma zu Prabhu, gib mir das Geschenk der Furchtlosigkeit. Dann will ich dich um etwas bitten. Prabhu sagt, sprich es aus und fürchte dich nicht. Ist es geziemend, werde ich es tun. Wenn es unziemlich ist, nicht. Sarvabhoma sagt, Der König Pradaptarudra kann einen Zeitaufschub nicht länger ertragen und möchte zu dir kommen. Prabhu hielt sich die Ohren zu, gedachte Narayanas und sagte zu Sarvabhoma. Du hast etwas gesagt, was sich nicht ziemt. Ich bin ein Sanyasi, einer, dem die Welt farblos geworden ist. Für mich ist der Anblick eines Königs so wie der Anblick einer Frau und das Einnehmen von Gift. Sarvabhoma sagt, Was du sagst, ist richtig. Aber der König ist ein Diener Jagannats und ein ganz großer Bhaktar. Prabhu sagt, Und dennoch ist ein König wie eine schwarze Schlange und verursacht eine solche Störung wie die Berührung der hölzernen Statue einer Frau. Nimm solche Worte nie wieder in den Mund, denn wenn du es tust, wirst du mich hier nie wieder sehen. Sarvabhoma wurde von Furcht erfüllt und ging nach Hause. Zu jener Zeit kam Pradaptarudra nach Puri. Rai Ramananda kam zusammen mit dem König und ging als erstes mit großer Begeisterung zu Prabhu. Rai grüßte ihn ehrfürchtig und Prabhu umarmte ihn und in premer Versunkenheit weinten sie beide. Alle Bhaktas waren sehr erstaunt, als sie Brabus liebreichendes Benehmen zu Rai sahen. Rai sagte, Deine Anordnung entsprechend habe ich mit dem König gesprochen und weil es dein Wunsch ist, hat der König mich von meinen Amtspflichten entbunden. Ich habe ihm gesagt, Es ist mir nicht mehr möglich, weltliche Geschäfte zu tun. Wenn du es gestattest, möchte ich bei den Füßen Chaitanyas bleiben. Als er deinen Namen hörte, wurde der König voll Freude, stand auf und umarmte mich. Als er deinen Namen hörte, erfasste er in großen Bremer versunken meine Hand und sagte mit besonderner Liebe, Den Gehalt, den du bisher bekamst, wirst du immer bekommen. Diene Chaitanyas Füßen ohne Sorgen. Ich bin ein elender Wicht und seines Anblicks unwürdig. Wer ihm dienen kann, dessen Leben ist erfüllt. Vrajendra Nandana Krishna ist außerordentlich gnadenreich, in Klamakripa, und wird mir sicherlich in irgendeinem Leben seinen Anblick gewähren. Gamananda setzt fort. Ich habe nicht die geringste Spur von der Liebe, die ich bei ihm gesehen habe, in der Qual seines Bremer zu dir. Prabhu sagt, Du bist der Führende unter den Krishna-Bhaktas. Wer Liebe zu dir hat, der ist glücklich. Der König hat viel Liebe zu dir. Aufgrund dieser Eigenschaft wird Krishna ihn annehmen. Chaitanya zitiert Krishnas Worte. O Arjuna, diejenigen, die meine Bhaktas sind, diese Menschen sind nicht meine Bhaktas. Doch diejenigen werden als die besten Bhaktas betrachtet, welche die Bhaktas meiner Bhaktas sind. In Klammer 4s28s Adipuranam Als der König in Puri angekommen war, rief er den Sarvabhoma, grüßte ihn ehrfürchtig und fragte ihn, Hast du meinetwillen Prabhu eine Bitte unterbreitet? Sarvabhoma sagte darauf, Ich habe vielfach versucht und trotzdem will er einen König nicht anblicken. Er wird den Weiherkreis von Puri verlassen, wenn ich ihn erneut bitte. Als der König das hörte, entstand Leid in seinem Geist und voll Niedergeschlagenheit, sagte er. Er wurde Avatarer, um die Sünder und Erbärmlichen zu befreien. Er hat Chagai und Madai gerettet, wie ich gehört habe. Ist er Avatarer geworden mit dem Vorsatz, Ich werde die ganze Welt außer Pratapta Rudra retten. Der Avatarer ist begierig, allen Gnade, Kripa zu geben. Er schaut diejenigen an, die man nicht anschauen soll, die Niedrigsten, aber nicht mich. Nur mich schließt er aus. Sein Vorsatz ist, er wird keinen König anschauen. Mein Vorsatz ist, wenn ich seinen Anblick nicht erhalte, werde ich das Leben aufgeben. Wenn ich das Geschenk der Gnade Mahapobus nicht erhalte, wozu dann ein König sein? Und wozu einen Leib haben? Alles umsonst. Als er das hörte, wurde Bhattacharya nachdenklich und besorgt und war erstaunt, als er die Liebe des Königs sah. Bhattacharya sagt, Deva, sei nicht niedergeschlagen. Prabhu wird sicher Gnade Prasada zu dir haben. Fußnote 501 Prasada ist die Folge davon, dass Bhagavan durch das Dienen Seva erfreut wurde. Das gilt auch für die Bhagavan dargebotene Opferspeise. Auch diese wird Prasada genannt. Er ist dem Prima untertan und dein Prima ist sehr stark. Er wird sicherlich Gnade, Kripa zu dir haben. Und doch will ich dir ein Mittel sagen. Am Tage des Wagenfestes wird Prabhu mit allen Bhaktas vor dem Wagen tanzen. Wenn er dann, versunken in Prima, in den Blumenhain gehen wird, dann gehe du hin, nachdem du die Kleidung eines Königs abgelegt hast. Rezitiere die fünf Kapitel von Krishnas Rasa. In Klammer Bhagavatam 10.29-33 Gehe allein zu ihm hin und ergreife Mahaprabhus Füße. Rai Ramananda hatte heute Prabhu gegenüber von der Art deines Prima gesprochen und seinen Sinn umgewandelt. Als er Sarvabhoma das dem König mitgeteilt hatte, kam gerade Gopinath Acharya, in Klammer Sarvabhomas Schwager. Er segnete den König und sagte dann zu Bhattacharya. Aus Gauda sind 200 Vaishnavas gekommen, große Gottgeweihte und Mahaprabhus Bhaktas. Sie sind nun beim Narendra-Vaya und man muss für ihre Unterkunft und Essen sorgen. Da sagt der König, ich werde dem Tempelaufseher Anweisung geben, dass er Unterkunft und alles, was gebraucht wird, besorgt. Bhattacharya, ich möchte, dass du mir jeden Einzelnen, der aus Gauda gekommenen Bhaktas von Mahaprabhu zeigst. Bhattacharya sagt, steige auf die Dachterrasse, Gopinath kennt sie alle und wird sie dir zeigen. Ich kenne keinen von ihnen, möchte aber auch wissen, wer sie sind. Gopinath Acharya wird über sie Auskunft geben. Da stiegen alle drei auf die Dachterrasse hinauf, als gerade die Vaishnavas ankamen. Svarub Damodar und Govinda brachten Blumenkränze, die von der Bildgestalt Jagannats getragen worden waren und Opfermahl Brasada dorthin, wo die Vaishnavas waren. Der König fragt, Wer ist der Große mit dem erstaunlichen Lichtglanz, dem die beiden den Blumenkranz gegeben haben? Gopinath Acharya sagt, Das ist Advaita Acharya, den Mahaprabhu sehr schätzt und der von allen verehrt wird. Das ist Srivas Pandit, Vakreshwara Vidyanidi. Das ist Murari Gupta und Pandit Narayana. Und das ist Haridas Thakur, der die Welt läutert. Wie viele Namen soll ich dir nennen? Sie sind alle die Leute Sri Chaitanyas und Chaitanya ist ihr Leben. Der König sagt, Ich bin sehr erstaunt, sie alle zu sehen und ich habe einen solchen Machtglanz der Vaishnavas noch nie gesehen. Sie leuchten alle wie Millionen von Sonnen. Solches liebliches Kirtan habe ich noch nie vernommen. Solchen Bremer, solches Tanzen, solches Hari rufen. Nirgends habe ich so etwas weder gehört noch gesehen, Bad Acharya sagt. Was du sagst, ist richtig. Dieses Bremer Sankirtan ist eine Schöpfung Chaitanyas. Chaitanya wurde Avatara, um den Dharma zu verkünden. Der Dharma des Kali-Yuga ist Sankirtan, der Namen Krishnas. Klug ist, wer ihn im Sankirtan-Opfer anbietet. Alle anderen Leute werden von Kali in Klammer Zwietracht, Finsternis verschluckt. Die Klugen verehren doch Opfer, unter denen Sankirtan am wichtigsten ist, den goldenen Bhagavan. Fußnote 502 Wörtlich, dem Glanz nach, nicht Krishna, in Klammer Krishna, Krishna. Die Klugen verhehren doch Opfer, unter denen Sankirtan am wichtigsten ist, den goldenen Bhagavan, der den Namen Krishnas ausspricht und andere veranlasst, dasselbe zu tun und dessen eigene Waffen die Schönheit seiner Gestalt und seiner Glieder sind. Der König sagt, Wenn es die Shastras erweisen, dass Chaitanya Krishna ist, wie kommt es dann, dass nicht alle Gelehrten interessiert sind? Sarvabhoma sagt, Nur wer eine Spur von Gnade, Kripa erhalten hat, der vermag, ihn als Krishna zu erfassen. Wer seine Gnade nicht erhielt, der sieht und hört und dennoch vermag er nicht, ihn als Ishvara zu erkennen. Der König sagt, Wie kommt es, dass sie alle, ohne Jagannath im Tempel zu sehen, zuerst zu Chaitanyas Wohnung kommen? Bata sagt, ist die eingeborene Methodik des Prima. Das Herz aller ist voll Sehnsucht. Sie können keinen Zeitaufschub ertragen, um mit Mahabhobu zusammenzutreffen. So gehen sie erst zu ihm und dann kommen sie alle mit ihm an der Spitze, um Jagannath zu sehen. Der König sagt, Für eine heilige Stätte gilt die Regel des Fastens und des Kopfscherens. Warum essen und trinken sie, ohne diese Regel zu beachten? Bata sagt, Was du sagst, ist die Regel für diejenigen, die Gott noch nicht wirklich zugewandt sind. Aber in diesem Pfad der Liebe liegt der feine innere Sinn von Religion überhaupt. Ishwaras indirekte Anweisung für die Außenstehenden ist Haare scheren und fasten. Prabhus direkte Anweisung ist, Prasad zu nehmen. An jener heiligen Stätte ist zu fasten, wo es keinen großen Prasada, Mahabrasada, gibt. Doch ist es ein Vergehen, sich um Prasad gemäß Prabhus Anweisung nicht zu kümmern. Darüber hinaus aber, könnte jemand darauf verzichten, wenn Prabhu mit seiner eigenen heiligen Hand Prasada austeilt? Früher einmal hat Prabhu mir Prasad-Speise gebracht, als ich am frühen Morgen noch im Bett saß. Und ich habe, ohne den Mund auszuspülen, ohne die Regeln zu beachten, sofort gegessen. Wenn er jemandem Gnade erweist und im Herzen den Antrieb gibt, dann vermag dieser, die Regeln der Veden und der Welt aufzugeben, weil er in Krishna seinen Grund gefunden hat. Und dann nahm Prabhu sie alle mit in den Tempel Jagannats und der großherzige Chaitanya fing mit Kirtan an. Als der König dieses gewaltige Kirtan vernahm, stieg er wieder auf die Dachterrasse, um mit seinen eigenen Leuten zuzuschauen. Er war äußerst erstaunt, als er das Sankirtan sah und seine Sehnsucht mit Mahaprabhu zusammenzutreffen, wuchs ins Unermessliche. Chaitanya Bhagavata Sheshakanda 5 Der König weint. Als Chaitanya den Tanz abbricht, geht der König ungesehen davon. Er ist unerhört beeindruckt und denkt darüber nach, denkt an das Bild, das er eben sah. Aus Prabhus Augen strömen ununterbrochen die Tränen, während er tanzt. Aus dem Munde strömt Speichel, aus der Nase fließt Wasser. Staub bedeckt ist sein Leib. Ströme von Bremer fluten. Der ganze Leib ist durchwaltet von physischen Veränderungen während des Kirtan. Der König verstand nichts von diesen Ausdrucksweisen des Krishna Bremer. In ihm stieg Zweifel auf, doch sprach er diese Zweifel zu niemanden aus und ging dann fort. Als er Prabhus Tanz gesehen hatte, war er sehr freudig geworden und er begab sich zur Ruhe. Doch unter dem Einfluss der Maya Ishwaras konnte er nicht erkennen, dass es Jagannath selbst ist, der als Avatarer in Gestalt dieses Sannyasi Sankirtan seiner selbst tut. Fußnote 503 Wenn man keine Bremer-Bhakti hat und nicht einmal mittels der Erkenntniskraft der Bhakti recht gehört und verstanden hat, was Gott und seine Lila ist und doch Gott schauen will, gerät man fast immer in eine Katastrophe. Da macht man sich nämlich ein Bild von Gott, das den Maya-Vorstellungen des eigenen Herzens entspricht. Doch Prabhus selbst gab es ihm zu erkennen. Pradaptarudra, der König, sieht im Schlaf einen Traum. Er ist in den Tempel gegangen und sieht Jagannaths Gestalt, ganz mit Staub bedeckt. Wie die Ganga strömen die Tränen aus seinen Augen. Ununterbrochen strömt Wasser aus seiner Schrie-Nase und Speichel aus seinem Schrie-Munde. Der ganze Leib ist nass davon. Fußnote 504 Wenn der in jeder seiner Seinsweisen von Zeit und Raum völlig unberührte Gott sich offenbart, da ist jeder Teil seiner Gestalt, auch die Tränen in seinen Augen, auch der Speichel, der aus seinem Munde fließt, und so weiter, Schrie, Das heißt, gebildet aus Chit-Shakti, aus der Kraft des wahren, ewigen Seins und der reinen Erkenntnis und des göttlichen Glücks. Und im Traum denkt der König, was ist denn das für eine Lila? Dieses Spiel Jagannaths ist ja ganz unverständlich. Und im Traume geht er hin, um die Füße Jagannaths zu berühren. Doch Jagannath sagt, Deine Gestalt ist gesalbt mit Kanfa, Moschus, Sandl, Safran, alle von edelster Sorte. Schau meinen Leib an, voll von Staub und Speichel. Du solltest mich nicht berühren. Als ich heute tanzte, kamst du hin und du ekeltest dich, als du Staub und Speichel auf meinem ganzen Leib saßt. Du bist ein Großkönig und der Sohn eines Großkönigs. Passt es sich, dass du mich berührst? So sagte der gnadenreiche Jagannath, schaute auf seinen Knecht hin und lachte. Und da sieht der König im selben Augenblick, dass auf dem Throne Chaitanya Goswami selbst sitzt. Und genauso wie bei Jagannath ist sein Schrieleib bedeckt mit Staub und er sagt lachend, Nein, es passt sich nicht. Du gingst fort und im Herzen ekeltest du dich. Wozu willst du mich denn jetzt berühren? Und so, dem Pradaptarudra Gnade, Kripa erweisend, sitzt Goranga, Sri Hari, auf dem Throne und lacht. Dann wachte der König auf und als er bei Bewusstsein war, weinte er, Oh, ich großer, großer Sünder, Oh, ich Verbrecher, ich erkannte nicht, dass Chaitanya der Avatara Ishwaras ist. Welche Kraft hat ein bloßer Jiva? Seine Maya betört selbst Brahma und andere Devas. Oh, Brabu, vergib meine Vergehen, begnade mich, mache mich zu deinem eigenen Diener, Dasa. Der König hatte erkannt, dass Sri Jagannath Chaitanya Goswami ist und kein Unterschied zwischen beiden besteht und er ist sehr, sehr unruhig gespannt, den Brabu zu sehen. Udkanta Fußnote 505 Udkanta ist unruhiges Gespanntsein mit hoch aufgerichteten Kopf und Nacken wie ein Wild. Jaitanya Charita Amrita Madhya Lila 12.4-26 12.5-29 König Pratapta Rudra schickte aus Kataka, der Hauptstadt von Orissa, einen Brief an Sarvabhoma. Wenn Brabu es will, werde ich nach Puri kommen, um ihn zu sehen. Bad Acharya antwortete, Brabu hat keine Anweisung gegeben. Da schickte der König einen neuen Brief. Ich bitte alle die Bhaktas, dass sie um meinetwillen Brabu eine Bitte unterbreiten. Wenn all die Gnadevollen Gnade daher zu mir haben und um meinetwillen Brabu demütig bitten, dann könnte ich durch die Gnade Prasad Aller zu Sri Brabus Füßen kommen. Ohne Brabus Gnade, daher, möchte ich nicht König werden. Wenn der goldene Hari mir keine Gnade, Gripa erweist, werde ich entweder mein Leben aufgeben oder Bettler werden. Bad Acharya wurde nachdenklich und ging mit diesem Brief zu den Bhaktas. Er traf sie und berichtete von dem König und zeigte dann allen den Brief. Als sie diesen Brief sahen, staunten sie darüber, dass der König solche Bhakti zu den Füßen Brabus hat. Alle sagten, Brabu wird niemals mit ihm zusammentreffen und wenn wir das dem König sagen, wird er sehr traurig sein. Sarvabhoma sagt, Kommt, lasst uns alle einmal hingehen. Wir werden vom Zusammentreffen nichts sagen, sondern nur von dem Zustand und dem Benehmen des Königs. So sagte er und sie gingen alle zu Mahabhobu. Alle begehrten etwas zu sagen, doch sagte keiner ein Wort. Brabu sagt, Was ist das, was ihr sagen wollt und weswegen ihr hergekommen seid? Was ist der Grund, dass ihr etwas sagen wollt und es nicht sagt? Nityananda sagt, Sie kamen, um dir etwas zu unterbreiten. Sie bringen es nicht fertig, nicht zu sagen und sie fürchten sich, es zu sagen. Was sich ziemt und was sich nicht ziemt, alles möchten sie dir unterbreiten. Wenn der König dich nicht sehen kann, will er Yogi werden. Obgleich Brabus Geist zart und weich wurde, als er das hörte, spricht er dennoch nach außen hin grausame Worte. Es ist also euer Wunsch, dass ihr alle mit mir zusammen nach Kataka geht, um den König zu treffen, vom höchsten Lebensziel ganz abgesehen, die Welt wird mich tadeln. Und von der Welt ganz abgesehen, Damodar Svarupa wird mich tadeln. Auch wenn ihr alle es wünscht, werde ich nicht mit dem König zusammentreffen. Jedoch wenn Damodar es sagt, werde ich ihn treffen. Damodar sagt, Du bist Herr deines eigenen Willens und alles, was zu tun ist und was nicht zu tun ist, das ist dir bekannt. Ich bin ein armseliger Jiva, wie kann ich dir eine Richtschnur geben? Du wirst mit ihm zusammentreffen, das werden wir selbst sehen. Der König hat Sneha zu dir und du erliegst dem Sneha. Dein Sneha zu ihm wird ihn zu dir hinführen. Obwohl du Gott der Herr bist und in höchstem Maße eigenwillig, so ist es doch deine Natur, dass du von Prema anderer abhängig bist. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 13.3 bis 17 13.4 bis 18 Mahaprabhu stand mit seinen Bhaktas in der Nacht auf und badete, um Jagannats Pandu Vijaya zu sehen. Fuß 506 Ein Ausdruck der Orisha Sprache für das Heraufheben des Jagannats auf dem Wagen. Die schwere Bildgestalt wird von einem großen Wattekissen auf das andere gehoben, so dass es aussieht als liefe Jagannat bis zum Wagen. Vijaya Triumph Pradaptarudra fegt mit goldenem Besen den Weg und spritzt Sandelwasser. Fußnote 507 Es gehörte zu den Amtspflichten des Königs von Orisha ein Stück der Heiligen Straße zu fegen, bevor der Zug der Wagen beginnt. Höhnisch wurde von den Menschen in einem feindlichen Reich der Feger Jagannats genannt. Die Straße zu fegen war ein Beruf der Kastenlosen. Mahabrabhu hatte große Freude, als er dieses Dienen sah, und durch dieses Dienen erhielt der König die Gnade Mahabrabhus. Chaitanya mit den Seinen tanzten vor dem Wagen Jagannats. Chaitanya Chantodayam 8 Chaitanya geht mit seinen ewigen Begleitern, die voller Prämer sind zum Garten, um sich vor der Anstrengung auszuruhen. Er ist voll aneinander des Prämer, ohne Puls durch das Erleben des Dienens im Tanzen. Er, der Freude für die Augen ist, setzt sich in einer Laube in der Mitte des Gartens nieder. Er hat die Lotuse seiner Füße ausgestreckt und auch die Arme, die wie Lotusengel sind. Am Fuße je eines Baumes sitzen schweigend die Gefährten. Chaitanya spricht mit dichtgeschlossenen Augen die folgende Hälfte einer Strophe. Und zu diesem Zwecke nehmen die Hamsas ihre Zuflucht bei den Lotussen deiner Füße, die Ananda geben. O du Lotusäugiger. Bhagavatam 11.29.3 Fußnote 508 Hamsas Die von aller Ungewissheit freien Gott zugewandten Atmers wörtlich auch die Schwäne Gopinath Acharya sich umschauend Alle diese sind große Vaktas versunken in Bremer sind sie ohne Puls in Klammer Vögel die nicht fliegen die still sind ihre Sprache ist Leuchten sie sind wohl voll von Sneha auf jedem Zweige und jeder Wurzel ruhen sie und sie sind in einem wundersamen Zustand von Glanz diese großen und windstill ist die Insel des heilvollen großen Festtags er fährt fort jetzt will ich mich verbergen und das Eintreten des Königs abwarten der König tritt ein ohne Königs Gewand bloß mit zwei gewaschenen Tüchern begleitet der König voll Sehnsucht Sehnsucht hat Furcht und Argumentieren gewaltsam verhüllt und mich außerordentlich unruhig gemacht oh wie kommt es meine Füße sind starr durch das warten auf dich oh Gott ist heute die Prüfung meines Lebens und für die Zukunft habe ich keinen Halt über mein Leben langsam langsam setzt er seine Schritte Gopinath Acharya der den König beschreibt oh es ist wundersam Macht ist das einzige Kennzeichen des Königseins er ist gleichsam wie Rasa des Heroischen der schläft In ihm ist Gemisch von Ananda Furcht vor einer Katastrophe Sorge und Überlegen Mit großer Mühe setzt er seine Füße vor sich hin Eine Reihe von Bhavas der Präma Bhakti sind bei dem König aufgetreten Mit Erlaubnis aller Bhaktas fiel der König zu Brabus Füßen nieder und berührte sie Bravo ruhte in Brema mit geschlossenen Augen auf dem Boden Mit großer Geschicklichkeit berührte der Herrscher leicht Brabus Füße Dann preist er Krishna indem er Strophen der Rase Lila rezitiert Hörend entstand in Brabu unvergleichliche Zufriedenheit und er sagte wiederholt mit lauter Stimme Sprich weiter Sprich weiter Als der König den Vers der Nektar der Berichte von Deine Lila in Bhagavatam 10.31.9 rezitierte stand Brabu der in Bremer versunken war auf und umarmte ihn Fußnote 509 Der Vers wird im Bhagavatam in Trennung Schmerz von den Gopis gesprochen die den entschwundenen Krishna suchen Du Du hast mir einen unschätzbaren unbezahlbaren Schatz geschenkt Ich vermag nichts zu geben und gebe nur die Umarmung Er sagte so und wiederholte den Vers mehrmals Beider gesteigten zitterten und Tränen waren in ihren Augen Höchst freigebig sind diejenigen Menschen die auf Erden den Nektar der Berichte von Deiner Lila in Klammer Tavakat Amritam ausgeben Dieser Nektar ist Leben gebend für diejenigen die in der Qual der Wandelwelt verbrennen Dieser Nektar wird von den Sehern gepriesen Er vernichtet das Übel Sein Wesen ist reinste Chit Shakti die immer da und überall ist und er gibt den Hörenden das höchste Heil Fußnote 510 Das höchste Heil ist die Kraft zum wirklichen Gott Dienen und daher sind die Menschen die diesen Nektar verschenken die freigebigsten Wesen auf Erden Chitanya sagt die freigebigsten die freigebigsten und umarmt ihn das heißt Chitanya will sagen dass der König unfassbar freigebig sei in höchstem Maße alles schenkend er weiß nicht wer ist dieser Mann eigentlich früher hat er gesehen welches Dienen der König tat und Gnade entstand in seinem Herzen ohne nachzuforschen wer der Mann sei trug die gewaltige Kraft der erbarmenden Gnade Chitanyas ihre Frucht Bravo sagt wer bist du dass du mein Heil bewirkst und plötzlich gekommen bist um mir den Nektar der Krishna Lila zu trinken zu geben der König sagt ich bin ein Diener der Diener deiner Diener meine Hoffnung ist dass du mich zum Diener deines Dieners machst dann ließ Mahababu ihn seine Gottes Majestät schauen doch verbot er ihm irgendjemanden etwas davon zu sagen